Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Peugeot. Ein leistungsstarker Motor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Im Interieur finden Sie ein Panoramadach, vordere Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem Peugeot finden wir ESP, Traktionskontrolle und vordere und hintere Parksensoren. Dieses Auto ist sogar mit Dachreling und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017